Willkommen zurück zu Akugare 3, hier in der eisigen dritten Welt. Geht's jetzt weiter mit Obsidian Vale. Mal schauen, ob weiterhin Eisphysik am Start ist. In der Tat. Ist das Layer 2 plus rutschiges Eis? Ich dachte eigentlich, das würde gegen irgendein Friedensabkommen verstoßen oder so. Da kommt was auf mich runter. Aber ich kann hier stehen. Die Frage ist, will ich das? Äh. Eher, ne, woran bin ich denn da gestorben? An dem Ding da? Es ist kein Muncher, es ist kein Spike. Es ist ein gestreiftes Schloss-Element. Oder ein Eiszapfen. Irgendwie sowas. Ich will auf jeden Fall hier direkt durch. Ist mir das erlaubt? Irgendwie schon. Das ist sehr nett. Au! Oh, was ist das da oben für ein Kollege? Ein Dino-Rino in seiner nächsten Entwicklungsstufe. Da möchte ich eigentlich hin. Aber das sieht aus, als würde der für ein bisschen Wärme sorgen. In dieser Eiseskälte. Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich bei der Stelle immer das Bedürfnis, hoch abzuspringen. Darf ich aber nicht. Mein, theoretisch vielleicht. Hm? Schon wieder! Ich... Lol. Ich... Nehme irgendwie nicht wahr, dass von da oben ein Hindernis runterkommt. Was verdächtig ist, weil es schon wieder leichte Blautöne hat. Liegt's echt daran? Wäre schon witzig, oder? Mein Hirn filtert alles raus, was blau ist. Das ist definitiv keine Farbenblindheit. Das sage ich nur so zum Spaß. Hoff ich. Ach so! Hm. Ist mir vielleicht doch ein bisschen zu heiß. Ich habe zwar keinen Wintermantel dabei, aber... Direktes Feuer... Muss jetzt doch nicht sein. Das heißt... Was mache ich denn hier dann eigentlich? Dieser grüne Koopa, ja, aber der kommt... Da so angeschlichen. Braucht mehr Zeit. Wo kriege ich die her? Ich muss da einfach sofort wieder raus, oder? Da ist aber wirklich nicht viel Platz. Ja, dieses Shaken die ganze Zeit. Wieso shake das eigentlich so lange? Zwei Sekunden lang Erdbeben, wenn der Layer auf den Boden smasht. Ich habe es zu gut gemacht. Das ist immer sehr, sehr schmerzhaft. Ja, die Sprünge sind eigentlich immer so drauf ausgelegt, dass man einen guten, aber nicht perfekten Regrab macht. Wenn man einen macht, dann haut es meistens nicht mehr hin, weil man dann zu weit springt. Und man kann auch sehr schlecht darauf reagieren, ob man jetzt diesen perfekten Regrab macht. So ist das. So, hier raus. Ah, das ist ein komischer Sprung. Mhm. Nein, nicht schon wieder. Eigentlich kann man das sauspät erst drücken. Beziehungsweise man muss. Mach ich mir das jetzt einfach zunutze. Dass man sich da nicht anstrengen muss. Wo geht das Ding hin, ey? Da! Oh, man. Die hat sich aber Zeit gelassen diesmal. Ich bin hier übelst unter Druck, oder? Ich kann hier nicht stehen bleiben. Es wäre zumindest ungewöhnlich. Aber da sind so viele Plattformen. Ich weiß gar nicht, was ich mit all den Plattformen soll. Ich ignoriere die einfach. Darin bin ich sowieso gut. Aber sie sind nicht blau, deswegen... So, ich renne hier jetzt einfach mal durch. Da kommt nochmal eine hoch. Oh, ich bin hier. Super cool Und ich mag immer noch diesen Schnee-Effekt Es sind zwar nur zwei Grafiken, die gespiegelt sind Aber es sieht super nice aus Hey, das habe ich als Abspann Oh, jetzt ist es noch nicht vorbei Mehr Layer, zwei Shenanigans Aber eine andere Version Ach, war das nur Pech, dass der Fragezeichen-Block gerade eben noch nicht an der Stelle war Und dieser Layer legt erst los Nachdem ich ihn betrete Das ist gar nicht so schlecht, weil dann ist das Timing immer gleich Obwohl ich mich irgendwie frage, wofür ist dieser Koopa? Kann ich den nicht einfach überspringen? Oder... Das ist gar nicht die Art von Layer, die ich dachte Nein! Die sinkt kontinuierlich immer weiter nach unten Jedes Mal, oder solange ich draufstehe Das ist ja interessant Das heißt, ich will das so... Wahrscheinlich so viel wie möglich vermeiden Weil ich sonst irgendwann keinen Boden mehr unter den Füßen habe Das ist ja ein cooles Ding Eine Sache, die man im Hinterkopf behalten müsste Was hat mich da jetzt gekillt? Moment, halt, stopp! Sind die Seiten von dem Zeug tödlich? Oder war da wieder ein Spike, ein Blauer, den ich nicht gesehen habe? Ach ja, hinter dem Ninji Ich muss das anders machen Ich muss hier weniger springen Ja, damit der hier Damit der hier tief springt Weil so ein kleines bisschen hat er die Gene von einem normalen Ninji übernommen Und springt unterschiedlich hoch Trolololololol Ich finde die Plattform immer noch lustig Ach, da oben ist eine Decke Das habe ich immer besonders gern Offscreen Decken Könnte man auch gleich einen Muncher hinmachen Weil das Ergebnis ist das gleiche Instant Death So Wo habe ich denn jetzt schon wieder hingeschielt? Das kann man so nicht machen Ach ja, friss meine Inputs Geil, finde ich immer supi Was ist mit dem Block los? Wie kann der so viele Inputs fressen? Ach, es geht nicht zurück hier Das ist schade Ich habe in der Beschreibung gelesen Es gibt Secrets Ich habe bisher noch nicht eins davon gefunden Ja gut, ein bisschen Beeilung Kann man ja wohl erwarten Von so einem Fragezeichenblock Ich muss hier länger warten Oh Schon läuft das Also Ist der hart zu treffen? Der sieht sehr hart zu treffen aus Weil der Latscht da über die Kante Und dann fällt er Wie ein Stein Ui Ah Naja Aber er ist zumindest einfacher zu treffen Als jetzt zum Beispiel Ein Spiny Oder so Einfach weil er so fett ist Fett ist gut Bamski Gibt es hier irgendwo ein Secret? Naja Eigentlich sollte ich danach nicht Ausschau halten Ah Der kommt zu früh Der kommt echt wahnsinnig früh Ach und das zählt nicht Dann ist er vielleicht doch nicht so leicht zu treffen Wie ich mir gedacht habe Aha Bin ich hier sicher? Oh Wo kam der denn jetzt her? Ach und jetzt lässt er sich Zeit Oder was? Boah Auf der Nase muss man ihm landen Zwischen den Augen Ja Die Stiefel müssen zwischen die Augen Das ist halt so schwierig Wegen dem Eis Nicht dein Ernst Okay Was muss ich hier noch tun? Dem Ding einfach nur ausweichen? Da hinten Diese Diese Kante Die sieht verdächtig aus Als ob da noch so ein Dino-Rino Angelatscht käme Aber Bisher jedes Mal Wenn ich einen Troll vermutet habe War da keiner Sondern natürlich immer nur Wenn ich keinen vermute Vielleicht sollte ich einfach später abspringen Damit es Besser zusammenpasst Natürlich ist da wieder irgendwo ein Spike Man kann ja nicht mal einmal vorausgucken Entschuldigung Gestreifte Eiszapfen Nicht dass er sich noch beleidigt fühlt Hoppla Ich kann mich nicht entscheiden Ob ich überhin drüber springen will Oder nicht Ah 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 Was? Ich dachte der wäre schon einmal mitgesprungen gewesen Wieso nicht? Wo kommt die Piranha-Pflanze eigentlich her? Die steckt da im Eis War das zu früh? Ja Aber wegen dem hier Super merkwürdig Ha Wieso? Wieso? Der Sprung ist so eine Katastrophe Und dann ist es glitschig und kalt Und irgendwie auch nass Meine Hose ist schon ganz Durchgeweicht Aber nicht vom Schnee Was kommt jetzt noch? Nichts! Da unten! Wow Das habe ich nicht gesehen Ich habe nur die Angewohnheit Immer oben ins Ziel zu springen Aber der untere Teil war nochmal so ein So ein Eis... Zapfen Ich lebe Ich lebe Hier gibt es ein Secret Exit Wo denn? Habe ich zwar nicht darauf geachtet Aber mir ist auch keine verdächtige Stelle aufgefallen Aber normalerweise bei diesen Layer 2 Geschichten Hängt es immer irgendwie damit zusammen Dass man Abwarten muss oder so Ne da oben ist was Da oben ist eine Röhre Na gut Dann lag es einfach nur daran Dass ich nicht darauf geachtet habe Trotzdem Ach dafür ist das Jetzt ergibt das Sinn Ich habe mich schon gefragt Warum das so großzügig hier aufgebaut ist Ah Bin froh wenn ich den Eiszapfen entkomme Die nicht mal wie Eiszapfen aussehen Also ich chill hier Und gehe in die Röhre Ist das nochmal ein extra Abschnitt? Guten Tag Ha 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 Pauserschneebälle Ah cool Ha Die Musik kenne ich irgendwo her Was ist das bloß für eine? Darf man hier überhaupt nicht abbremsen? Ja Bietet sich an Also ein kleines bisschen abbremsen natürlich Hm Was ist das denn? Ein hübscher Schneeball In Form eines Kohlkopfes Mhm Ich habe das noch nicht optimal abgetimt Mit dem großen Wenn man hier nicht super schnell Über die Über die Planke geht Irgendwie gibt die mir auch keinen Schwung Muss das echt besser machen So kann das nicht bleiben Bäh Mit dem Bounce habe ich nicht gerechnet Das ist gar nicht so schlecht Ah der lässt sich echt Zeit Alles klar Dann kann ich unter dem durchlaufen Ich darf nicht abbremsen Ich möchte sicheren Halt finden Auf dieser Plattform Aber ich darf nicht Muss direkt weiter Oh come on Als ob ein Schneeball jetzt so wehtun könnte Mario Es kommt halt drauf an Auf das genaue Timing Ob ich jetzt unten oder oben drüber will Im Prinzip ist beides schlecht Komm lass mich leben Darf ich mich hier kurz ausruhen? Ausruhen ist nie gut Immer wenn es mich ausruhe Mache ich anschließend Einen unfassbar dämlichen Sprung Ich bin echt mehr so der Flow-Spieler Japp Nicht stehen bleiben Aber dann bis da hoch Ah das kann man auch direkt machen Das habe ich hier wieder angehalten Dumme Idee Brauche ich den? Hm Haha Oh Gott was ist das denn? Wenn ich jetzt sehen könnte Wo ich da hin muss Er hat sich gedacht Hm Wenn es so schwierig ist Auf so einen Dino-Rino Oder wie heißen die Großen? Ich kann mir das nicht merken Drauf zu springen Dann geben wir den Leuten Jetzt einfach einen riesigen Schneeball Den man nicht verfehlen kann Ich muss jetzt irgendwie darüber Aber es ist so weit Es ist so weit Ich finde es nett Dass man hier wenigstens Einen Full-Jump machen kann Das war eine der Ungünstigsten Hitboxen Die ich jemals gesehen habe Boah ey Das Ding ist so im Weg Yippie Yippie Ach da kommen keine mehr nach Hier werde ich irgendwie Echt lieber ab So Jetzt kann ich Super Einfach richtig gut gemacht Und das bringt mich zum zweiten Schalterpalast Jokes End Das Ende des Witzes Jetzt hört der Spaß auf Ist das zeitlich begrenzt? Es ist zeitlich begrenzt Aber man hat keine Musik Das weiß ich Ein bisschen zu schätzen Weil die P-Switch-Musik Doch ziemlich nervig ist Auf Dauer Was ist das? Ach so Das wären wahrscheinlich Blöcke gewesen Der springt einfach weiter Ich stampfe ihm den Schädel ein Und der springt einfach weiter Ist das hier so eine Art Tutorial? Vermutlich Haha Haha Come on Da dachte ich Ich bin den Eiszapfen entflohen Aber sie wachsen sogar hier im Im Schalterpalast Ah Das wird nicht reichen Kommt übrigens der Dampf her Habe ich den jetzt echt verpasst? Da kann ich mir auch eine Trophäe in die Wand stellen Das hat bestimmt noch keiner vor mir hingekriegt Soll ich jetzt da drüber laufen oder lieber springen? Kann mich nicht entscheiden Drüber laufen sieht lustiger aus Und dafür muss man hier gehen Mh Spin Jump Danke für die Warnung Die nicht vorhandene Ach gerade noch Hier ist ein Schlüssel Schlüssel in einem Schalterpalast? Ach so Keine Ninja Unterstützung Ich kann schon mal weiter gucken Blauer Eiszapfen Wird von mir nicht erkannt Als Hindernis Einfach ignoriert Wow was war das denn? Die bringen einen von der Seite nicht um War das in den anderen Leveln auch schon so? Uff Mhm Wieder die zwei Was ist das? Und ich habe irgendwie keinen Schlüssel mehr Wie lange ich jetzt gebraucht habe Um zu realisieren Was die Stelle von mir wollte Und da war so ein Filter Der einen den Schlüssel wieder abnimmt Stachelkugel Ha Diesmal habe ich andere Blöcke übrig gelassen Was sagt ihr jetzt? Mhm Kaiserblock? Oh das hätte ich jetzt gerne gewusst Was wurde da zerstört? Hätte ich das gebraucht? Nein Ja Das ist tatsächlich so Haha Der kommt da einfach raus Wahrscheinlich wegen dem Timing Eigentlich ein Klassiker Da hat mich jetzt irgendwie die Die Tobsucht gepackt Und ich wollte den unbedingt umbringen Irgendwo unterbewusst Oh Gott Das war eigentlich überhaupt nicht gut Da zittert er Und jetzt ist er da Trotzdem Ich brauche mehr Vorbereitungszeit Damit ich auch so richtig heftig daneben springen kann Yes Oh Gott Die sind so übelst schnell No God Mhm Das Timing von den Schaltern ist ja eigentlich relativ großzügig Hier spielt es eigentlich auch gar keine Rolle Mhm Was mache ich mit euch? Holy moly Das ist einfach knapp Und bestimmt kommt jetzt noch ein Troll Nein Geschafft Kein Jump Sehr tragisch Aber Mega cooler Schalterpalast Auch dieser Switch Stellt einen Teil der Brücke wieder her Die ich noch finden muss Kladderer Dutch Was haben wir hier oben? Northern Range Sieht so aus als wäre das das letzte Level dieser Welt Gucken wir noch rein für einen kleinen Preview Uh Oh diesmal spawnen da mehr als Einer Ich mache alles kaputt Ich versuche es nochmal Ich laufe los Peacebeat Bestimmt nicht umsonst Oh Gott Das ist schon wieder so ein Level Da will ich nicht aufhören Ich sollte echt keine Previews machen Das tut mir nicht gut Wie habe ich denn den getroffen? Das ist sehr unmöglich Hahaha Zumindest wenn man es wollte Peacebeat Yes Genau zum richtigen Zeitpunkt Setzt er wieder ein Diagonale Pidgeys Das habe ich noch nicht gesehen Die gibt es nicht Vanilla In Mario World Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Mechanik Dass man Ja den Peacebeat Peacebeat kurz verliert Und dann während des Sprunges Ah das ist irgendwie voll einfach Dass das hier schief geht Und während des Sprunges Ihn wieder zurück kriegt Das ist ein bisschen schwer zu handeln Zum Teil Aber Hm Jetzt habe ich ihn komplett verloren Das darf wahrscheinlich nicht passieren Man springt halt auch höher Während man Peacebeat hat Uff Und das ist halt auch eine Sache Die einem vor allem ganz am Anfang Super schwer fällt Ja abzuschätzen Wann man in der Luft Diesen Speed wieder zurück bekommt Weil man hat ja keine Anzeige Wie in SMB3 Das gibt sich dann erst so mit der Zeit Das ist fast wie Disco-Panzer reiten Hoppla Das war keine Absicht Das habe ich hier schon alles kaputt gemacht Oder? Nein Ein bisschen Im Ernst? Wo ist denn dem seine Hitbox? Dies mindestens ein komplettes Teil hinter dem Ja bei dem nicht Ist es Pfff Knapp ist das schon Wie soll das denn funktionieren? Einfach hoffen Einfach weitergehen und hoffen Uff Auf der Plattform kriegt man die nicht zurück Wenn man da den Peacebeat verliert Dann war es das Mit Liebe platziert Ist doch in Ordnung Kann man doch nichts gegen einwenden Ich muss größere Sprünge machen Ich habe das jetzt die ganze Zeit Hier am Anfang immer so gemacht Dass ich mich relativ beeile Aber der Man muss einfach so lange warten Ja wie es nur geht Und dann sind die in der richtigen Position Es ist schwierig die Stelle aufeinander abzustimmen Also die Sprünge genau so zu setzen Dass man im richtigen Moment den Speed zurückkriegt Als ob Man muss hier doch einen Full Jump machen Obwohl man dann in den Muncher reinspringt Oder zumindest ziemlich sicher in den Muncher reinspringt Das ist heftig Ah man muss einfach nur später Später abspringen Das kriege ich noch hin Mir ist zu spaßig um jetzt aufzuhören Das ist aber schon ein Checkpoint oder? Ah danke Und jetzt macht er das ganze wieder Jetzt zerstört er das Mit so einem Abschnitt Mit so einem auswendig lernen Ding Das aber zumindest Interessant aufgebaut ist Das habe ich nicht verdient Cape Action Möglicherweise ist da oben ein Schalter Wo mich der Galumba unterstützen kann Ich brauche Unterstützung Alleine schaffe ich das nicht Ja Tatsache Es gibt einfach viel zu wenig P-Speed Level Hm Ich lande und brauche dann nochmal Anlauf Ich will da immer springen Bei der Lücke zwischen den Plattformen Vorhin schon ist mir das mehrmals passiert Einfach drüber latschen Ich weiß nicht was ich erwartet habe Eigentlich genau das Ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht Cape Cape und seine Mysterien Wofür ist der Block da? Nein Der Block ist dafür Dass man den P-Speed behalten kann Bäh Ist das eine Merkwürdige Mechanik, bei der man von der Kante läuft Und dann instant wieder in den Flug übergeht Aber warum? Die kenne ich nicht Ja! Super merkwürdig! Diven! Oh no! Das ist zu wenig Platz hier, um Anlauf zu nehmen Ja Also von da aus nochmal ein Dive So langsam muss man sich echt eine Menge merken Man, das ist so schnell aufeinander Passiert Runter! Und jetzt! Normaler Sprung Drehsprung Man weiß es nicht Ich weiß nicht, was ich da drücken muss Sobald ich das Cape habe, weiß ich einfach nie, was ich drücken muss Und vor allem nicht so schnell Ich meine, ich kenne viele der Cape Mechaniken, aber ich bin einfach Ja Mechanisch Skill Vom Skill her reicht es nicht Dafür gibt es einfach viel zu selten Cape Level Um das mal richtig üben zu können Ich kann da einfach stehen bleiben, oder? Dieser Sprung ist Es kommt drauf an Muss ich den P-Speed behalten Das Thema des Levels ist Ja Ich schaff's nicht da abzuspringen Es ist genau der gleiche Murkse gesprungen Wie der davor Wenn ich nur sehen könnte, was da ist Ich spring da jetzt einfach mal so hin Ohne P-Speed Das Level hat mich dazu gebracht Was habe ich denn jetzt verpasst? Der war so flach Was ist denn das für ein Omega-Jank? Manchmal wird der einfach doppelt aktiviert Und dann ist hier instant wieder zu Einmal kurz komplett die Kontrolle verloren Okay Man muss es nicht Man muss den Speed nicht behalten Das fand ich echt gut umgesetzt mit dem P-Speed Es gibt wenige Level, die das machen Die das mal so auseinander nehmen Und wirklich gut einsetzen Ja, es gibt Level, in denen man immer rennen muss und so Aber dass man wirklich den P-Speed verliert Und in der Luft wiederkriegen muss Und dann noch mit dem Cape zusammen So, wo komme ich jetzt raus? Komme ich in Welt 4 raus? Genau hier Das ist prima Dann ist es also ein echter Alternativer Pfad Aber ich habe den P-Switch noch mitgenommen Auf dem Weg dorthin Okay Wo komme ich denn hier raus? Ach stimmt, hier war ich ja schon mal Genau Dann geht es beim nächsten Mal weiter Mit Fogbound Fjord Bis dahin Leute Ciao Bis dahin Leute 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 Bis dahin Leute